Du hörst Hoffnungswirtschaft mit Walter Niefeld. Liebe Freunde, liebe Brüder, liebe Sester, wahrscheinlich ist es, wenn die Familie sich versammelt, um Gottes Wut zu hören. Ich habe schon gesagt, verschiedene Programme, wo man als Familie taub sein kann, um Gottes Wut zu studieren oder eine Zeit zu haben, wo man taub beten kann. In der Apostelgeschichte, hier in 24, finden wir, dass Cornelius seine Familie taub, seine Freundschaft taub, damit sie die Botschaft hören können, die Petrus anzubringen würde. Ich glaube, dass es auch am Anfang von der Gemeinde passiert ist. Die Bibel sagt, die Jünger versammelte sich an die Hüsa. Wir sollen das viele Dinge praktizieren, wenn wir als Familie taub kommen oder Familie faste haben. Oft sind wir, wie Pinsen, Oster und Weihnachten. Wir haben ja so viele Zeiten, wo wir uns als Familie treffen, dass wir in dieser Zeit, wo wir uns als Familie treffen, lernen, dass wir wissen, dass es für uns als ganze Familie wichtig ist. Dass wir taub an Jesus schliven, dass wir Jesus in unsere Hüsa abnehmen. Und Gott sagt das. Die Bibel sagt immer wieder davon, dass wenn wir schliven, dann wollen wir in unser Haus geraten. Aber dass wir auch etwas tunen. In einer Zeit, wenn wir uns als Familie verzameln, bieter andere, taub eten, was immer man verhaftet, dass man auch in der Zeit haftet, vielleicht wo man ein paar christliche Leiden taub singt, wo man das Wut taub lesen hat, und vielleicht ein paar praktische Anwendungen, die für die ganze Familie sind, und ein Sehensgebet für die Familie. Das ist sehr wichtig. Herr Jesus, wir haben folgende Gelegenheit als Familie taub zu sein, als kleine Familie, als große Familie. Und wir haben selten das genutzt, dass wir in dem Moment einfach auch eine Zeit haben, wo du das Wut hast, wo du das Wut schämst, wo wir das Wut lesen, wo wir die Lohen preisen, wo wir das beten. Und halb uns doch diese Gäude Zeit dafür genutzen. Ich bete wir in deinem Namen, Jesus. Amen. Das war eine Produktion von Jesus Responde, Al Mundo de Oi. Töp macht wie den Namen Jesu gerade schriebe über Paraguay in der Welt. Kontaktiere uns und ja info-arroba-jesus-responde.com Musik